Thunder Force könnte man mir auch als Titel einer neustartenden Kinderserie verkaufen, ist aber der Titel eines neuen Netflix-Films, der diese Woche rauskommt und man kann seine Erwartungen eigentlich festlegen, wenn man auf den Namen des Regisseurs guckt. Das ist Ben Falcone, von dem stammt Tammy, The Boss, How to Party with Mom, Super Intelligence und eben dieser hier. Und was haben all diese Filme gemeinsam? Richtig, Melissa McCarthy in der Hauptrolle, was wohl daran liegen mag, dass die beiden Mann und Frau sind. Falcone inszeniert Filme und schreibt auch meistens die Drehbücher dazu, in denen es vorrangig darum geht, Melissa McCarthy so in Szene zu bringen, wie man sie halt am ehesten kennt, als laute, vulgäre, nervige, teupatschige, dicke, lustige Frau. Und jetzt haben wir eine weitere Version davon, die sich im Superhelden-Genre bewegt. Naja, was jetzt nicht wirklich das Originellste ist, was man auf einer Kinoleinwand oder in diesem Fall einen Streaming-Programmzettel hieven kann. Worum geht's? Wir haben zwei Jugendfreundinnen, Lydia und Emily, gespielt von eben Melissa McCarthy und Octavia Spencer, also schon auch in den weiteren Rollen hochkarätige Namen. Und die waren in ihrer Jugend engste Freundinnen, bis das Ganze durch einen Streit dann auseinanderging. Nun als Erwachsene begegnen sie sich wieder. Lydia McCarthy halt ist eine Hafenarbeiterin, während Octavia eine hochbegabte Wissenschaftlerin ist, die an einem Serum feilt, das Superkräfte verleiht. Und man kann sich wohl anhand dieser Stichpunkte schon denken, in welche Richtung es geht. Durch einen Zufall gelangt dieses Super-Serum an die falsche Person, eben an Lydia. Und so gelangt eine vulgäre, unangenehme, laute Frau in die Situation, übermenschliche Kräfte zu haben, die sie jetzt einsetzen muss. Das ist dann so ganz schablonenhaft, so ein paar Gestalten mit übersinnlichen Kräften, die die Stadt unsicher machen. Und dann wird dagegen vorgegangen. Was ich schade finde, ist, dass der Film einen am Anfang in eine falsche Sicherheit wiegt. Weil, wie gesagt, es ist der Schwerpunkt dieser McCarthy-Filme, sie da so als laut und vulgär zu inszenieren. Und in der ersten Viertelstunde sieht es so aus, als wäre dem nicht so. Wir erfahren, wie die beiden sich als Kinder kennengelernt haben, wie die ihre Freundschaft hatten. Und da ist glatt eine gewisse Freundlichkeit, Herzlichkeit und Warmheizigkeit mit drin. Auch die Umstände, als sie sich wiedersehen, das ist eher traurig, weil die eine kommt nicht zum Klassentreffen, die andere sucht sie. Da wirkt das alles noch passabel. Und dann kommt eben der besagte Moment, wo die Superkräfte auf McCarthy übergehen. Und ab da ist der Schalter umgelegt. Und da sind wir auf perfekt bekanntem Terrain. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte des Films besteht aus der Ausbildungsphase, wo sie halt ihre Kräfte entdeckt, wo sie sie in Form von Trainingsprogrammen und so weiter durchlebt. Und da reiht sich dann ein Fakal-Gag an den anderen oder eine Unnötigkeit. Zum Beispiel, es ist für die Story komplett unerheblich, aber McCarthy entwickelt einen Heißhunger auf rohes Hühnchenfleisch. Das heißt, wir haben dann Szenen, wo sie sich in Großaufnahme rohes Fleisch reinstopft. Dass man dann in Großaufnahme auch so warm kauen und sonstigen sieht, dient eigentlich nur dem Ekeleffekt und nicht dem Inhaltlichen. Es kommen dann auch permanente Referenzen wie, oh, ich habe mir gerade in den Anzug gepinkelt und so weiter. Das heißt, genau das, was man von diesem Film fürchten konnte, tritt hundertprozentig ein. Und so vergeht die erste Hälfte des Films. In der zweiten gehen die dann auf die Straße, gehen die in den Einsatz. Es gibt eine absolute Alibi-Handlung, wo ein paar Schurken da sind. Ich reiße es jetzt gar nicht. Wir sagen einfach, es sind böse da, die zu bekämpfen gilt. Da gibt es dann ein paar kurze Action-Sequenzen. Aber wer jetzt hier erwartet, dass hier irgendwie Marvel-Feeling oder so aufkommt, brauchen wir auch nicht mitzurechnen. Das sind so ein paar Alibi-Kämpfe, ein paar schnell inszenierte Spezialeffekte. Das sieht alles ganz solide aus. Aber unterm Strich ist es halt das typische McCarthy-Ding, dass ihr halt den immer plumpesten, schnellsten, seichtesten Gag zu Füßen legt, die sie dann reißen kann. Und sei es nur, wenn ihr ein Luxusauto vor die Füße fährt und sie sagt, klasse, dieses Auto bringt mich zum Eisprung. Insgesamt, ich weiß nicht, ob das ein Material ist, wo man viel hätte draus machen können. Vielleicht, vielleicht nicht. Es ist aber scheinbar genau der sichere Griff in die Routine. Alles so, wie man es erwartet. Zum Beispiel gibt es auch eine sehr namhafte Darstellerin in einer Nebenrolle, wo man sich direkt denken kann, wenn die hier so eine kleine Rolle spielt, da muss doch was hinterstecken. Und genau das steckt dahinter. Es gibt hier und da noch die ein oder andere passable Idee. Zum Beispiel Jason Bateman, der da rumläuft und so eine Mischung aus Mensch und Krabbe darstellt. Aber dieser Gag, wie auch viele andere, wirken auf mich so, als hätte man Notizen gemacht. Lustiger Typ, lustige Begebenheit, das und das. Die man einfach alle in den Film schmeißt, aber nicht zu einem homogenen Ganzen verweht. Man kann auch klagen, warum sehen wir eine Viertelstunde, wie die beiden sich kennenlernen, was zwar schön ist, aber für den Film eigentlich irrelevant, weil es solche Reißbrettfiguren sind. Deswegen, diese Filme werden ja scheinbar irgendwie geguckt, sonst würden die nicht ihren fünften Film zusammen machen. Und deswegen wird es auch sicherlich Leute geben, die ihn sich antun, vor allem, wenn er sich so leicht auf Netflix abrufen lässt. Ich selber kann ihn nur in jeder Hinsicht als Enttäuschung bezeichnen, sowohl von den verschenkten Ideen, von den Darstellern, von allem. Deswegen, ich respektiere die handwerkliche Machart und dass es Leute gibt, die das mögen. Deswegen komme ich noch knapp auf zwei von fünf Punkten. Kann aber ansonsten nur raten, wenn ihr auf Netflix seht, sucht euch was anderes. Wie seht ihr das? Findet ihr Melissa McCarthy lustig? Habt ihr Lust auf einen solchen Film oder sind euch auch die am Anfang gezählten anderen Titel ziemlich auf den Senkel gegangen? Erzählt das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.